Sie feiert, wenn sie schießt. Bundestrainerin Martina Voss-Teklenburg sehen wir hier jubeln, nachdem EM-Star Lina Magul Deutschland im Viertelfinale gegen Österreich in 1-0-Führung bringt. Die 27-Jährige ist FC Bayern-Kickerin und seit 2015 fester Bestandteil der deutschen Nationalmannschaft. Eine ihrer größten Stärken, die Passgenauigkeit. Rund 95 Prozent ihrer Pässe kommen an, stark sind sie noch dazu. Letzteres erinnert durchaus an Fußballer Cristiano Ronaldo. Macht er sich früher vor allem als Tempodribbler einen Namen, ist er heute in der Sturmzentrale besonders stark im Abschluss und Abschuss. Außerdem hat Magul im Angebot, starke Zweikämpfe und sie ordnet das Mittelfeld, arbeitet sowohl nach vorne als auch nach hinten. Ob sie sich da vielleicht auch von Ikone David Beckham hat inspirieren lassen? Der ehemalige Nationalkicker von England ist vor allem für seine Flanken und Freistöße bekannt, gilt als hervorragender Passer im Mittelfeld. So auch Lina. Sie brilliert mit tiefen Läufen aus dem Mittelfeld, taucht so auch immer wieder im Sturm auf. Doch Linas Herz schlägt nicht nur für den Fußball, sondern auch für diesen jungen Herren. Luca Schuster, derzeitiger Athletiktrainer bei Drittligist FC Ingolstadt und gewiss einer der größten Fans der gebürtigen Dortmunderin. Ja, diese beiden verbringen nicht nur gerne Zeit auf dem Rasen, sondern auch miteinander.